Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Video mit einem guten Daniel. Hallo! Wir spielen Raft. Richtig so, wir spielen heute Raft. Voll geil. Ja, wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, da sind wir beim Landratten Map. Was? Landratten. 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 Also, hier steht doch auch die ganze Zeit mit Landratten bei Ihnen, oder? Na ja. Herr Tach, wie geht's? Ach gut, Achle, wie geht's? Doch, gut. Heute Sachse? Na? Im Sachserische Wasser. Ja, hundertprozentig ja. Ja, immer. Achso, ob hier überhaupt nichts ist. Hä? Du musst warten. Ich kenn's nicht. Ich will sterben. Ah! Ja, bleib unter! Nein! Ja, genau. Ach, ihr Sackratten! Landratten. Was? Heißes Maul. Heißes Maul. Ich sehe! Ich will Nahrung. Ich sehe ein Baum. Was? 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 Wo ist dein Baum? Wow, ich hab... Genau, Sackratte. Ich hab vor allem mal kurz erwähnt, die Grafik angestellt. Da ist überhaupt nichts andere. Ja. Bei mir ist die Sonne ziemlich krass. Ich hab'n Speer. Dieses Holz klauen, alter. Kannste nie. Und schade. Die Würme... Die... Die Würme fuckt mich da oben. Verlangen wir hier nichts zu essen. Ach, Seile! What the fuck! Oh, sorry, Leute. Ich mein' ähm... Ma... Ähm... Banana. Was? Banana? Wo? Ugly Bananana! Ich brauch' Blätter und ein Seil. Kann ich uns Fische angeln? Bleibfick! Bleibfick, du! Oh Gott! Wieses... Wieses Stück... Was weiß ich, was? Wieses Harald Ding. Ich brauch' noch einen Seil, dann hab' äh... Ich brauch' noch ein... Ich mein' noch... noch ein Blatt, dann hab' ich... Oh, come, I-an-a-ba-na! Will' ich einfach runterwerfen? er ist daheim froh und ich bin froh hab ich keine Sackraten mehr im Fall ist, Alter Weiß du das? Weiß du was? Einmal! Einmal! Wir sind hier geschlafen und dann kuschelt er sich an mich dran am nächsten Tag spür ich irgendwas kratzen und bei meinen Gliedern und dann sä ich da Sackraten drauflaufen Jetzt sag ich mir doch so Harald, was hast du denn getan? Wie kriegt man auf dem Meer Sackraten? Ganz gute Idee Geht mit den Griefer Games auf Raft, Alter dann habt ihr Sackrat für 5 Minuten und ihr kriegt eurem Leben Hey, warte, äh Meinst du, du könntest hier kurz warten? Los, gleich Ich will warten, ja, ja, gerne Ja, tschau Nein! Nein! Kopfchen! Ich kann nie ein Bananaaa Nein! Du mieser Peter, was? Nein! Ich hab zwei Kisten Warum wirfst du die ganze Zeit mit? Was? Was ist das hier ne Blinzimmer? Ja, ich dachte mir auch gerade aus Lechter Hm? Alter, da dritten guck mal da hinten Da flattert was rum Was flittert da rum? Da is nix! Da is nix! Da is nix! Ich will auch Blätter! Nein! Ich kann nie ein Bananaaa Right, das Lied eigentlich? Welch Lied? Egal, ich sing's trotzdem, ist ja dein Kanal, ich meine blauu! NEIN! 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 Nein, 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 nein! Du sind sehr keine Liebe! In ma, mein! In ma, mein! In maieee! Du sind sehr keine Liebe! wir haben das schon du du bist als leute und dann ist das alles kopiert bei uns ist 8 das war's mit dem Streit er wird ein bisschen und die sich über die dann bin ich wieder die was geht der heilig ist nicht nur noch angreifen und werden mit der Kleider war Guck, das meine ich, er steht immer hinter mir mit diesem Sperr, er schiebt mir jede Woche irgendwas hinter, müsst ihr euch nicht aufpassen, letztes Mal war ein Sakrat, ne, jetzt hab ich es auch gerade. Ja, da wird mir wirklich so'n Tonne, so'n Tonne Ratzel hinten reingesteckt, Alter. Was? Wo er die Rappen herbekommen hat, weiß ich nicht. Der Kerl sucht sich nicht, wie das, der lockt Rappen an, Alter, das geht gar nicht mehr. Ja, die wurde angegeben. Auch wie, ich bin hier oben im Wasser. Na, warte, ich töte dich, keine Sorge. Hä? Ich hab, ich hab's gesagt, er ist Kandibale. Was? Sagt derjenige, der immer runtergeht, was? Nein, 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 das ist meins, meins. Nein! Ich hab's. Wir haben es wieder hier. Ja, ich hab's, ich hab's bekommen. Na, wenn da weißt, was du hast, was wir tun hast. Der ja, ich hab's gegebenenfalls. Ich hab's. Da hab'sgutig. Super, ich hab's. Aber da hab's. Oh, da hab's. Ich hab's. Ohne, bitte. Ich hab's. Ahlala, aber, ich hab's. Da hab's. Da hab's. rücken dann ja dann keine ahnung dann 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 sind wir die einzigen nur noch hier auf dem see bisher habe ich eigentlich jeden tonne bekommen oder wie braucht man denn eine tonne hier alles ja auf dem grund an die wir haben ja sagt das was wenn die heiler nicht ihre möglich war hinschirm ja wie lange wird seine magischen kräfte das ist zehn minuten auf garge was danke für die tonne danke für den hei übrigens ich guck was ich hab was hast du denn da warum hast du den angeholt dass wir fische mal geholt können wir essen und welcher mensch brauchst du denn bitte schon heutzutage essen das meine tonne nein also leute spielt niemand mit diesem daniel hier der ist total böse er zahlt euch alles und dann hinterher leert er noch die strafe indem er runterfällt ins wasser die hat er irgendwie auch noch nie geleert wo wo kommt kräftigen kapost ja ich hab akkisch ja ich hab fisch fertig heute zu schieb was heute so viel heute gibt es bei der reich anordnung also wie schlecht bin ich er glaub ich hab was auch gleich kommt und gleich kommt der sturm jetzt also es gibt ja auch stürme andere kacke aus wir sind in der aufnahme du wärst schon dass wir gerade den channel namen lesen wie wir diese leute ernsthaft alter also der hat jetzt eindeutig wie immer wir in der aufnahme sind also der bleibt 100% drin der hat es überhaupt nicht gesehen oh mein gott guck mal der haie ist in der luft du wärst schon dass wir gerade unter wasser sind gerade oh god ja der haie war gerade in der luft nein das ist das wasser die wellen da waren wir da waren wir unter wasser ja geil es kommt ein sturm oder was jetzt ja es kommt ein sturm ja genau jetzt alter du die beste zeit zu rameln ja die beste zeit ja die beste zeit zu rameln du bist so schön Kugelfisch ich möchte gern das oh Lachs hab ich was Lachs? gib her ich hab Lachs ja ich hab oh Lachs bekommen gib den Lachs her wo ist der wo ist der ja ich hab ihn nicht du Mörder du Lügner ich bin freigelassen ja aber bei Lachs ich hab die vertraut ich hab den Lachs freigelassen lass den Lachs du lässt den Lachs freigelassen hier liegt der doch ja wo ist der da liegt nix das ist Weihlachs ich hab ihn nicht ich hab ihn nicht ich brauch ein paar Seile ich brauch ein paar Seile oh mein Gott ich hab ein See Rasse ich hab die Rasse Statt mir was abzugeben Statt mir was abzugeben Statt mir was abzugeben lasst du mich hier einfach so verinnern Leute also wirklich spielt niemals mit ihnen irgendwie das ist jetzt ne Warnung spielt niemand mit ihnen und auch Fisch ich hab Heere nein doch meine ja nein nein das ist meine Kiste das ist meine Kiste das ist meine Kiste nein schade eigentlich war meine Kiste nach 100 Jahren da schwimmen viele Blätter warum jetzt eigentlich ein Sturm Alter ich will es schlich haben ganz in der Nähe nicht jetzt muss der Hai noch in der Nacht angehalten wenn sie wirklich daheim würde sich raustrauen ja schwimmt die ganze Zeit nach Kuki 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 du bist du Heilchen hey wir haben ne Kiste überdrehen die da hinten was ich jetzt mach ich ich komm mal schön was Lachs als ob du dir jetzt was grillst ich hab Hunger ich hab auch auf Lachs passt hier nicht hin dann ist sie nicht halt so ich hab jetzt ne Lachs vergessen das passt da hin nein das passt da hin boah der Kette fisch hey du weißt schon dass man auch Sachen reparieren kann das passt da hin ich hab jetzt nicht zu die 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 wie macht man das einfach abwarten müssen da einfach rausziehen ein Fisch ist fertig der Fisch gerade der Hering was hab ich denn überhaupt oh ne toller Altersch groß wills oha geil Alter der ist krass dann brauchen wir mal den größten Grillen wirklich nein ja weil der ist richtig groß der ist richtig groß du musst mit zwei Händen halten den packe ich aber drauf der hat sich drauf packen doch man kann den drauf packen nein kann man nicht ich hab doch ein bisschen geplant das passt hier nicht drauf das passt hier nicht hin ich hab einen schönen Fisch ein Fisch da auch noch mal hier hast du da rein ich geb dir was da hier warten wir hier was ist das kein Lachs warum gibt's nur kein Lachs den Lachs konnte man nicht raten das ist kein scheiß der war zu groß als ob das zu groß ist wo kommen wir denn ja der Lachs ist zu groß halt ja was da alles kommt genug für ein ganzes ja genug um alle genug um zehn Jahre zu überleben oder ja relativ weißt wie wir so Motte zu leben wo nur Kisten kommen würdest und los angeln wir uns erstmal einen wunderschönen Lachs ja ok gut dann sammle ich so lange die Kisten ein na bravo so nein die Staud Empire 2 das soll mit ihm dann spielen nach der Folge der passt ja auch nicht drauf also warum halt nur große Fische ja äh Leute wie es äh kommen wird also ich glaub rough wenn wir so machen dass den Tag eine Folge kommen wird wenn wir Zeit haben mit kein äh montags äh sieht's schlecht aus wenn da keine Zeit gab oder haben was anderes Montags sieht's schlecht aus Montags sieht halt schlecht aus also Montags äh habe ich äh besachten und dann dadurch durch die Verbindung mit dem Zug und so weiter ja Samstag und Sonntags auf jeden Fall mit was da kommen vielleicht auch zwischendurch noch was anderes weil ich bin Hobby-Youtuber ich mache was anderes dafür schlag ich dich wuss ja dass du jetzt einfach hier versprechen immer weg das würde ich den Jungen macht jetzt hier einfach hier versprechen und so weiter ohne dass wer weiß was hier ab ich lege dir sogar eine Kartoffel hin dass du was hast ist doch mein ja ist deine Kartoffel dafür nehm ich die Kiste äh die Kiste ja bestimmt sind da jetzt drei vier Kartoffeln drin ich hab halt sieben Kartoffeln ich hab halt sieben Kartoffeln und du warum ach ich trinke ey bisher ist doch keiner von uns gestorben leute also respekt an uns sag ich immer voll scheiße äh ja moin schon 20 Minuten sind zu Ende ja gut wie lang soll die Folge ca. gehen 25 also jetzt noch vier Minuten ungefähr schon auch 30 Minuten ganz schwierig weil dieses Spiel hier sicherlich? ja Leute danach guckt folgen ist auch was welche Frage man danach folge sauerte boah ist es sicher ja ich bin ja ich bin sicher ich bin sicher ja ich bin sicher ja ich bin sicher ich bin sicher wo ist der Volidio wo ich habe ich bin ich bin ich bin er hat die Kartoffel ist fertig du kannst es mit das nicht die Welt egal ich hab doch voll Fisch die Führer nicht braten kann dabei Prozent wie die Rose erhalte die länger was soll dieses eigentlich werden soll es nur geprägt werden oder keine Ahnung das Spiel macht jedenfalls Spaß ja wahrscheinlich wird es geprägt im Projekt es heißt Mycroft dann lass doch mal immer Mycroft aufmachen nachdem Mycroftsoft jetzt hier Mycroft besitzt ist Mycroft nur noch irgendwie was weiß ich also die neuesten Versionen lad die neuesten mit Mojang war der wirklich besser muss ich sagen ne also ja die arbeiten ja mit Mojang noch zusammen aber ja aber der ganze Besitz geht ja an denen trotzdem ich brauche mir Holz ich könnte ein Wurf Acker bauen ich könnte sogar ne bauen mach doch hier für damit uns die Vögel nicht nerven packen wir hier machen wir hier einen kleinen Raum und da ernten wir die Kiste brauche ich vielleicht Material was brauche ich brauche ich brauche jede Menge Holz ich habe so viele Seile wie du welche brauchst brauche ich Seile brauche ich Seile brauche ich Seile ähm warte mal brauche ich für die Tür Seile ne für die Tür brauche ich glaube ich was brauche ich denn für die Tür nochmal was brauche ich denn für die Tür nochmal wahrscheinlich ist es so gemacht weil es spielst du nicht gut kann mit muss ich sagen aber es geht relativ äh dass wahrscheinlich der Vogel durchfliegt einfach ähm nein hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt hier noch eine Planke wir haben Forschungstisch gebaut sehr gut ich stelle den weil es zu geil aussieht hier guck mal wie geil das aussieht ok mach ich dann so ne Tür dann hier Forschen Forschungstisch ich hab neue Sachen erforscht ich hab die Sachen reinpacken gepläten und dann erforschen ich kann das jetzt Siegel bauen ich kann ein Schild bauen Kalender für einen Kalender müssen wir vielleicht bauen weil wir wissen game mäßig aber meinte ich warum bauen wir unser Piratenschiff er wollte unbedingt ein Piratenschiff warum bauen wir eins ja ja wo hast du irgendwas zu trinken äh ja da drin ist was aber hier war gleich warte ich muss erstmal einen Becher kraften ein ein ich bin ja ich krieg wir brauchen einen Becher wieder da ich kann ein Lund ich bin er bisher jedes Mal getroffen eigentlich hab wieder einen Becher hab wieder einen Becher ok haben wir Schrott hier haben wir Wasser Wasser Scheiße ich brauch nochmal einmal Schrott hast du kurz Schrott gerade da ja ich hab Schrott hier warte einmal brauche ich und einmal ein Hai Enter Commando der geht immer an die gleiche Ecke heiße hä keine Ahnung Alter ich dachte warum stehst du auf Karo ich dachte gerade da hinten ist abgekackt der wär die ganze Folge im Arsch alter ach ne das ist ne Flieger die die ganze Zeit hier ist so und jetzt brauchen wir hier noch ähm nach wuff ich aber noch das könnten wir vielleicht irgendwie ein bisschen erweitern ich brauch dafür jetzt noch ungefähr vier Holzpaletten da hinten hat einer ich bin nicht aber doof ey so Leute da sind wir wieder nach einem technischen Defekt was ähm ähm kam rein und sagte essen aber klar haben wir mal etwas zu essen überhaupt? wenn wir schon beim Thema essen sind? hä? hä ich brate die ganze Zeit was nein du brate dann nix das ist auch nix ich hab was gebraten du hast was gebraten aber jetzt nix mehr ob man den Fisch auch roh essen kann? ja kann man ich esse jetzt den Lachs das wird wahr ja ich warte da kann ich hab ja den Lachs die das nix mehr ja da ist eine Insel auf zu erbergen wie viele Minuten hatten wir jetzt überhaupt keine ahnung wir waren bei 20 22 ne 25 waren wir jetzt glaub ich schon ja ich glaub wir wollten noch eine halbe Stunde oder was? ja dann machen wir jetzt noch 5 Minuten fertig wenn nicht ach ne ich kann ja noch ein wenig wegschneiden machen wir einfach 10 Minuten und dann schneid ich noch irgendwie noch was weg verstanden? ja ok es gibt ja auch langweilige Stellen oder nicht zum Beispiel wo du Werbungs machst wo du Dings das will doch keiner hören oder? ich sag grad einen Schrei ja das kann jeder hören mach ich ja neiii er hat es kaputt gemacht was? ne stein 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 feuer 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 nein, stein stein feuer feuer das ist der Kartoffel weggebraten Feuer 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 Stein 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 Oh ich brauch was zu trinken irgendetwas Oh ich hab eins erweitert wieder Haben wir irgendetwas hier zum Trinken hier drin? Ich muss einfach Salzwasser und dann kochen Danke, meins. Voll. Achso, ich muss mir auch wieder mal einen neuen Treibwagen machen Ja, das habe ich schon gedacht, ich glaube, ich werde das machen Alter, du kriegst so viel Holz aus dem Kissen. Mehr nicht, Alter. Blech frei. Nein, meine. 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 Bestimmt verdiene ich mehr, indem ich glaube, ich dir die ganze Zeit hier nur Einzelteile aufhebe. Weil du immer versuchst an dem Kissen. Ist ja kein Scheiß. Ich habe über 30 Blätter so. Ja, 20 Seile mit 25 Frust. What? Redenig Frust. Wie fühlt sich das eigentlich mit dem Beet aus, das ich dir gelegt habe? Wie bitte? Ja, ja, ja. Als ob du es jetzt vergessen hast. Oh, mein Gott. Alter, wie viel ich mit Kopf habe. Wurter Fisch? Ich habe den Fisch verloren. Also, ich habe den gegessen. Mein Fischwasser draus. So, ich gieße mit deinem Fischwasser jetzt hier zum Glas. Okay. Zum Glück hatte ich nicht gesehen, dass ich mir jetzt hier irgendwas genommen habe. Habe ich auch gesehen, aber, bruh. Wenn du mir erfährt, dass ich hier was genommen habe, dann gibt es Stress, ey. Ja, ja, genau. Guck mal meine Lust auf. Was meint ist hier? Wo ist denn der Hai? Ist meins. Wo ist der Hai überall? Keine Ahnung. Der Hai, die ganze Zeit habe ich ihn jetzt einmal gesehen, aber auch kurz kurz. Da sind wir wegen getötet haben. Äh, ja, ja, ich habe, ja, Gott. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi. Der Lachsamt, oder? Fischi. 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 Oh, schon wieder rohes Welz. Wie auch immer. Exkluses Welz, oder was? Rohes Welz. Diese großen Dinger. Die sind auch so lecker, weil man die überhaupt nicht braten kann. Fischi. Wir brauchen einen großen Grill, da müssen wir das, äh, wir müssen das erforschen. Dafür müssen wir die Kiste ja sammeln, wir erforschen. So, also wie machen wir das hier? Ich muss das hier hier einfügen. Nein, meins, 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 meins! Füße tot ich hab gerade Füße tot ob trittig das der kreis Nein! Wie sieht das Ding aus? Komm Leute, komm wir trollen ihn ein wenig, Leute. Ich glaub ich brauch da den Hilfe. Wir trollen ihn ein wenig, Leute. Solang er nichts davon bewährt. Wir treiben gegen den Wind weiter an. Ah, warte du scheiße! Hey, der Heike! Bist du nicht irgendwann mal tot, du scheiße! Oh, er ist tot. Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Da! Vielleicht sollten wir wieder auf die Insel... Ich tu fein! Was ist auf uns? 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 Hilfe! Hilfe! Ich werde sterben! Ich komme gleich wieder in Eiern! Ich bin direkt tot! Hallo! 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 Ich bin hinter dir! Hallo! Das ist direkt dritt! Ich bin alleine! Ich bin alleine! Hallo! 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 Ja, also der Ausblick war schön! Hatte ich jedenfalls! Man konnte schön was lernen, also ja! Das will ich niemals wieder mitnehmen! Das? Okay, wie gesagt! Also, die tollen die dann irgendwie nicht. Wir streiben gegen den Wind. Wir treiben gegen den Wind. Fürs erste warste Zeit. Jüde? Okay. Das war's. Wie das war's? Na gut, Leute. Willst du es ausmachen? Ja, morgen kommt ein neues Video. Ach, äh, brauchst du rohes Haifleisch? Nein, erst abwasch... Warte, jetzt ganz kurz. Nein, Leute! Nein, das sag' ich! Das sag' ich! Damit morgen noch einen neuen Fall gekommen! Nein, das sag' ich! So, liebe Leute, viel Spaß! Bis zum nächsten Mal bei euren... ...Gift Games und euren Daniel... ...und mit den Leuten, die ja irgendwie plötzlich hier reingekommen sind! Keine Ahnung wie, aber... Star!